Hallo und willkommen zu Räutern. Ganz ein paar Fäber. Ich hab mir jetzt gedacht, ich hab da jetzt noch mal schnell den Bus geändert. Also den Bustipp. Damit wir da auch nicht zahlen haben. So wie da zum Beispiel. Genau. Dann will ich jetzt mal mal schauen. Ähm, woher bist du jetzt? Äh, dann mal. Bist du jetzt? Warte, ja. Das wär ja eigentlich schon... Das ist jetzt wie auch ein anderer, oder? Nein, das... Mh... Na, nehmen wir den. Damit noch was gleich ausschaut. Genau. Na, das steht dann nämlich auch Nummer 4. Und so steht dann eben da... Belang steht da Nummer 3. Ich hab mir jetzt aber überlegt... Ob ich vielleicht... Ich hab da jetzt schon ein bisschen ausgebaut. Ob ich jetzt die... Stadtteil... Stadtteil... Stadt... Stadt... Äh... Stadt... Na... Wie ist das jetzt genannt? Stadt... Teil... Buslinie... Ende... Stadt... Teil... Straßenbahnlinie... Um... Also um... Um... Ding... Weil ich denk mir... Da ist ja doch ein bisschen was los... Da ist ja doch ein bisschen was los... Wo ist das denn der Großen heute? Da ist ja immer... Ist egal... Da ist doch da ist ja ein bisschen was los... Und ich kann mir vorstellen, dass das... Äh... Nein, ich würd da wahrscheinlich nicht den nehmen... Sondern ich würd da wahrscheinlich... Kleinere... Straßenbahnen nehmen... So weiß ja es... Dritte Straßenbahnlinie... Für die Stadt... Vielleicht so... Solche... Oder damit solche... Damit steht da eigentlich irgendwo... Die... Länge... Ähm... Beziehungsstätte... Da sind wohl auch die Länge da... Ist ja egal... Nur interessiert... Okay... Äh... Äh... Also da können wir natürlich ja... Äh... Äh... Eine kürzere... Äh... Eine kürzere... Äh... Oder eine andere... Ausprobieren... Äh... Klingt grad nach seinem Überlegen... Ich... Übel hätte ich einfach noch hier... Eine... Straßenbahnlinie in unserer Stadt... Und die nächste Stadt... Eine Buslinie... Ich glaub... Die wird's nicht... Äh... Das will ich jetzt eben auch machen... Ähm... Eigentlich... Die Staffel... Eher... Weiter vorausbauen... Wollt... Aber... Irgendwie hab ich's einfach... So... So... Lust und einfach... Interesse... Weil's... Einfach ein bisschen... Voller wird... Dass wir da einfach... Äh... Noch eine zweite Stadt... Eine Buslinie bauen... Bin da grad zu mir überlegen... Äh... Äh... Warte mal... Wo man da das Terminal hinbauen... Und ob man da... Ausnahmsweise... Äh... Da... Da hätten wir ja... Reihen theoretisch Platz... Ne... Ob man da mal anders nimmt... Ne... So zum Beispiel... Äh... Steigen unzu groß... Gut... Man könnte ja noch... Wussten wir da nicht so vorkommen... Da noch ein bisschen... Ne... Aber was anders... Äh... Nehmen... Es geht da... Äh... Also... Was quasi dann... So... So... Äh... 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 Seid soll... Ne... Ne... Die ist ja meistens eher außerhalb... Weil bei uns ist ja die Remise ja eigentlich... Äh... 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 Die Neu... Die Neu... Die... Äh... Für die 3- und 4-er-Bahnen hauptsächlich sind... Ich mein... Na gut... Man kann jetzt einfach da... Aber ich... Muss jetzt eh nicht unbedingt das sein... Aber ich war einfach doch... So eine andere Wiese... Wäre ja eigentlich auch nicht schlecht... Ha... So ein Ding... Ich mein... Wir haben da zwar... So ein Depot... Aber... Das kann man ja auch... Das kann man ja dann doch immer abweisen... Das da... Oder... Das war ja das alte Depot... Und das ist dann das neue Depot... So... Ach... Ich mein... Ich denk mir das zum Beispiel... Ich denk mir immer... Eigentlich von so... Vom Ding her... Das ist gar nicht so gut ist noch... Weil... Äh... Man hat trotzdem nur viel Spur... Äh... Nur eine Spur in die Richtung... Das wäre ja noch eine Möglichkeit... Das wäre ja noch eine Möglichkeit... Das wäre ja noch eine Möglichkeit... Das wäre ein Museum sein... Aber das kann auch... Wie icy die drittel durch das... Das heißt... Ich hab ja noch ein Democr�� gesagt... Und wenn das... Es gehtemiah... Es geht nicht mit einmaß... Das ist eigentlich mehr so ne äh miese Ursus, sowas. Aber man so denke immer äh, was denken sie sich da dem, oder? Ich mein, da doch ne ziemlich große Stadt, aber äh, sieht man, wie, wie, wie fett das Ding ist. Wo soll sich das bitte in der Stadt ausgehen? Ich weiß, da bin ich noch kurz überlegt, aber wahrscheinlich nehme ich doch einfach ein Ding. So, man kann schon mal links und rechts. Hm, gut. Okay, jetzt kann man echter wer noch lösen. Das kann man eh jetzt halt noch lösen. Komisch, wieso der so nach oben geht. So, und eben immer, und gesagt, äh, ist jetzt schief. Das heißt, so von schief, bitte. Hm, hm. So, wie sind wir so herumwackelt, weiß? Hätte ich mein ganz krank, bis mal ein Ent hin. Naja, jetzt schon, oder? Vielleicht hätte ich das ja da machen sollen. Und das auch. Und das ist so. Typisch Autosave. Hä? Ich muss den Raffdruck... Ja, ich haus das. So, jetzt. Und eben mit Sachen, ich mir überlegt, ob ich da ne Buschbubau, die quasi jetzt so allen Terminals hin und her fährt, die quasi da einmal vorbei her fährt, und quasi einmal da so her vorbei fährt, und dann eben da und dann immer da, ne? Weil jetzt so ne... Boah. Bin jetzt erwischt mit dem Furs. Hm. Ja. Hm. Ich hab jetzt schon gedacht, ob das vielleicht... Ob ich vielleicht die... Quasi die... Oder, dass ich die einfach umbedehne, und die dann einfach so quasi so... Dass die halt so die größeren Terminals dann hin und her fährt, vielleicht auch noch ein paar kleine Dinge irgendwo, einmal wo stehen bleibt. Aber eher halt so ne Art Schnellbuschlinien, die halt schnell... Äh... Was eh... Zwischen die... Die... Die Schnee... Die 4... Oder vielleicht... Setz ich da hinten auch noch irgendwo Terminal hin. Die zwischen den Terminals halt so verbindet, so ne Art Schnellbuschlinien. Weil... Wenn's wirklich so gewürzt... Ich weiß nicht... Schnell von da... Ähm... Abbahnhof und die will jetzt auch nicht eben zufüllen noch mehr... Da können wir jetzt machen, ne? Da bin ich grad zum Überlegen... Da bin ich grad zum Überlegen... So ein Art Schnellbuschlinien, die halt äußerst so ein bisschen verbindet, ne? Und vielleicht halt beim Anfang mit der Stadtleipbuschlinien... Ach nein... Ein Herzlgebäude... So... So... Jetzt ist die Frage... Wösch ich euch doch einmal an? Mein, das ist ja da... Raufen für Industrie... Und ich bin mir da nicht sicher... Ob man bei... Ist eigentlich echt ein Haufen Industrie, ja? So... Ist das echt nur als Brot... Und... Und Öl, ne? Es ist echt lustig... Das ist wirklich quasi nur... So die Art... Such... Also... Da ist auch ein bisschen was... Aber... Das ist doch... Die eine Seite... Eher da... Wer im Wohnen sind... Und dann wer denkt, ne? Keine Ahnung... Ob's da irgendwie eine Stadtplanung oder sowas gibt... Mh... Aber ich geh ja mal doch davon aus, dass die Leute ja... So alt wissen... Mh... 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 Aber... Siegse... Das müssen wir eh noch ein bisschen größer machen... Die macht dannerweise immer weiter... Und... Zwei... Und... Zwei... 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 Ein bisschen... Ist es dann praktisch... ØN... Hööööö... Verstrauß ihn baut dann sowieso weih... Ne? Wir... Hier, ich verstehe... So, oder miner... umfangen will ich gerade zum überlegen ich nicht so leicht weil es einfach so ein riesiger bereich ist mir dass man da alles abführt ich hab mich so leichter bisher umfällt was sollte man das was da brauchen wir dann eigentlich mache ich glaube ich noch schnell ne buchliden, ah ne buchbummen, ne buchliden braucht man die das ist einfach nur so, weil wir nicht mehr als wirklich das ist die Wann ist ja schon seit 30 Jahren Es braucht nur Öl, da ist es. Jetzt hast du ja ein bisschen Lego vor mir. Ja. Eben. Warte mal. Also wir sind da. Aber es geht sogar weiter hin. Wenn wir einen immer noch zu einem große Ding geben, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie verschwunden sind. Weil eben das ist ja die kleine. Ja, wir fahren einfach manchmal von vorne. So, da haben wir da mal vielleicht ein paar Mal so. Aber dann eher gleich noch mit der Spur. Ich denke mal, dann scheint es mir wirklich einfach so. Besser ich da jetzt gerade eine. Ja. Na, das so. Ich glaube, es ist ein bisschen. Okay, mit dem Mund. Oh, ne, warte mal. Okay, okay. Kann ich da, die Bessie ist da. So. 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 Vielleicht da mal so. Ja, aber da haben wir ja die Busdinge. Äh, die. So muss ich eigentlich. Und da mal so quer. Mhm. So. Nee, aber ich dachte so, dass wir eh nicht so... Oh. Oh. Oh, das ist aber gleich süß. Oh, ich habe ja meine Bank jetzt mit Donut. Oh. 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 Oh, das so. Oh. 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 Ach so, der CD ist da an der Platz, aber dann soll geht das alles anders. So, und da so. Genau. Da ist es dann so gefracht, hier wird dann manchmal eine Schwedie und das Ding wird nicht die Beste. Genau, dann einfach da so entlang. Und dann muss ich noch immer das Wort hier verschreiben. Und dann kann ich auch noch die Leute zurückgehen. Und dann muss ich noch mal die Dore an. Dann kann ich auch noch anders. Oder... ...dann mal... ...druck. Oder weil dann mal... ...dann mal in 2. Beziehung greifen. Also den jetzt nicht, sondern... ...den da so. Und den, den, den da auch nicht. Sonst, und auch den da. No. Ja. Da muss man sich dann entscheiden. Ob man einmal... ...und da oben vor mich hat... ...wir wahrscheinlich ...pässt schon weiter. Dann wird da jetzt auch wieder die Vorflut der Höhe. Oder... ...werhut. Jemand muss aber da was machen. Das gibt ja wahrscheinlich... Ja. 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 Ich hab mir 6 Uhr, wir machen einfach so einen kleinen, äh, Tiff. Und ich schaue noch. Ich hab mir... Das ist ja die Kurze. Wann da? Wacht das? Ja, nicht da. 6... Warte mal. Das hab ich vielleicht später hier. Guck mich jetzt raus. Genau. Dann machen wir das und auch ein bisschen was abklappert geben. Und da haben wir sowieso auch ein bisschen was abklappert. Und da, ja. Also, wenn wir die einen ermitteln, echtes Problem. Das ist ja auch immer. Weil wir... Ich werde einfach mal nicht zurückführen. So. Genau. So. Dann müssen wir jetzt eben die Farbe. Wir werden da vorne. Mhm. Und da, ja. Dann bin ich ja nicht. Dann bin ich ja nicht drauf. Ich hoffe ich sie noch haben. So, wir können jetzt so ein bisschen nach oben. Und wir werden da oben gehts gar nicht mehr. Geht doch. So hat er mal eine neue Gebäude. Genau. Was ich immer mache, da machen wir Zeit vor, wahrscheinlich. Oh, vielleicht da. Da. Ich glaube ich will mal da. Das heißt, ich möchte es auch mal vorne zu einem Tag kommen. Da habe ich euch eine Fahrt in die Liste. Und da ist alles jetzt mal oben. Ich bin gestürzt, das ist immer unten. Ich bin jetzt mal in der Liste. Ich bin jetzt mal in die Liste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin jetzt auch in die Liste. Und dann einmal... Und dann einmal. Nein, warte mal. Komm her, komm her, komm her, ja, eh, da kann ich mir alles draußen ein bisschen umbauen müssen, oh, dann vielleicht da so, nochmal bei mir geht's da mal auf, und dann eh da, ah, eben, ich lebe, scheiße, also so roten, genau, das, ja. Schau mal, wir haben jetzt da schon in der Höhe von der Straßenbahn, nein, von der Linie 2, wenn ich weiß es, ja, die Linie 2, die fahrt eigentlich auch, die ich glaube noch nicht, ne, die ist da und da hinten auch noch vertreffen, ne, so so, der fahrt eigentlich viel weiter, die Linie anziehen, eigentlich muss ich immer die Linie anziehen, dann ist ja die einfach, ey, genau, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, dann mal jetzt, mit dem reinzuhören, ich will vielleicht mal, dass ich euch mal sicher mal treffen würde, dann Na weg mal hin, ja, ne, ja,min Suni mu его prüfen, ne, he, ja, 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 ikke dodge allhobe, dann mal hängst du dir nicht 2019, was wissen wir, ja, 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 eben, insai losgeteilt ist, dass wir das drauf machen können, also, ja, 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 na m complaints, das flush with whose words with feelings of means of will- Nellalsahmann und weglasали says that there are things, Nein, die war feier, wie ich gesagt habe, weil die war es nicht und die war es auch nicht. Und nein, die war es noch. Das ist genau, wir fahren da einmal, genau, wir fahren einmal. Aber, da wollen wir die Linie 2 treffen. Die Linie 1, echt genau. Und das weiter. Das ist gar nicht so schlecht, denke ich. Es ist nicht schlecht, da kann man wieder umsteigen. Das ist auch wenn wir alle wieder praktisch noch umsteigen. Das sind die Umsteigmöglichkeiten, die sind immer sehr gut. Nein, damit kann ich vor, weil da würde man es eigentlich... Ja, da wollen wir direkt um. Und... Das würde ich sagen, dass... Der Boden schafft es nicht so, wie ich sage. Da ist jetzt auch so... Ja, es hat es auch so ein bisschen geholfen. Und da wird es nicht mehr. Ganz so, hier bin ich meistens so. Hallo! Ja, genau. Fünne. Fünne. Gattemer, gattemer. Ne, die Fliebe, die Fliebe. Was ist das denn? Oh, das ist doch ein dritter. Oh, Herr, das war doch noch ein dritter. Der ist immer so ein dritter. Oh, dass der dritter ist. Oh, nein! Dann ist eben die Frage, die WK, der ist jetzt, der ist immer das Geist, der sagt mir immer die WK, der ist jetzt so. Nein, dann will ich jetzt eben die Frage, wie wir jetzt abfahren, oder wie wir jetzt genauer dann durchfahren. Nein, wir wissen, wo es war mit der Stadt vorne, weil eben ja, der ist bis da auf einmal nach vorne. Stimmt, wird dann eben ja wieder zurückfahren. Ja, das geht sicher weh, aber genau. Jetzt ist ja, wie sieht das aus. Genau, warte mal, wo jetzt die halt, da steh ich im Bauch, genau. Wo, na warte. Jetzt komm ich schon, nein, da wo ich, genau, da wo ich. Jetzt war genau, da bin ich ja wieder, da vorgelegt zu kommen. Warte mal, Bilo, ne, warte mal. Ich will nicht mal weg. Ein ganzer, eigentlich darf ich jetzt hier so. Da ist jetzt nicht da so, da schon hin. Na, warte mal. Was ist denn jetzt hier noch? Nein, da treffen wir uns gleich schon, oder? Das ist immer, das ist laut. Das ist der nächste, der wir dann da auch gleich auffahren. Ja, genau, da, was, 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 was. Also, ich will machen, was wir tun. Da ist mein Raffniger bestimmt. gut, Digga. понадikat nach unten,主 данinho. Und wie ertal,whi, da.... Ya verdal! Ich похож Frank, ich weiß noch mal, dass ich noch nicht besch�pp habe. Ach, etwas falsch. Es wird auch immer gut, ich werde ja auch nicht gut, aber es ist nicht gut. Vielleicht haben wir, vielleicht wäre ja gar was gebacken. Das ist deswegen nicht, dass das nicht gut kommt. Okay. Okay. Ja, na, warte mal, da kommen wir wieder. Da kommen wir wieder raus. Hm. Warte mal, warte, ich kriege den, warte, ich steppe mal. Es ist jetzt noch nicht, wie sie blöd, warte mal. Weil, da hätten wir ja nicht heute stehen für vorne getroffen worden. Und da haben wir jetzt alle dazu gebaut. Das heißt, wir machen einfach folgendes. Genau, wir machen einfach folgendes. Genau, ich weiß jetzt schon, was ich mache. Genau, einmal weg, einmal weg. Ihr kommt zur Wahl nochmal weg. Genau. Sagt noch einmal sicher den Geling. Äh, wahrscheinlich. Das Ding hat jetzt auf Pause getrunkt. Na, wir bauen da jetzt einfach den Ding her. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Ah, das ist nicht Ölnummern, oder wie? Wo ist es halt weg? Hm. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Dann gehen wir das nochmal weg. Und das nochmal weg. Dann bauen wir da vorne her. Genau. Das ist jetzt der Geling, genau. Dann das einmal weg, genau. Dann weg geht er wieder. Und jetzt da vorne her. Und da vorne her. Aber ich weiß nicht. Ich weiß schon, was das Problem sein könnte. Ich weiß nicht, was das Problem sein könnte. Aja, wir warten einmal. Die sitzen da hinten her, und da hinten her, und die dauern wir weg. Dann auch weg. Das kann man genau sagen. Wenn es da ist. Man sieht man das. Genau. Ich muss jetzt ablaufen. Ich muss weg sein. Ich muss weg sein, das war das Problem. Dass ich schon vorher eine Bauer hatte. Sobald die weg ist, kann ich die nochmal abreißen. Und die dann bei Hersex mit. Sobald sie weg ist. Ja. Das ist wieder. Jetzt ist weg. Sobald sie weg ist. Ja. Genau. Jetzt müssen wir jetzt nicht einfach gehen. Oder früher. Jetzt tue ich sie nochmal weg. Ja. Die habe ich auch gerade gesehen. Jetzt ist ein bisschen scheiße aus. Ob das rachen wollen. Wenn es da drauf steht. Ja. Jetzt sind weg. Nicht so am nächsten Mal gesperrt. Aber ja. Bis die Person hier auch gesperrt. Äh. Die auch mal gesperrt. Ja. Aber ich sehe nur ein Kehlkreuz. Hm. Bin ich aber trotzdem wieder verliebt. Hm. Komisch. Und so. Kann ich das mal. Okay. Ich dachte, das ist jetzt lege ich fast mit zum Boden. Dass sie eben da eine Station, die ich umgekehrt habe. So da. Und dann haben wir da und da an hier. Ähm. Ich darf mir schon heute stehen. Und aber auch da haben wir weg. Da legen. Ja. Ja. Ich weiß schon. Genau. Kann man die heute stehen? Ja. 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 Ich bin hier noch am überlegen. Die nehmen wir da vorne. Genau. Da kommt dann nochmal die rote Linie. Also die andere. Hm. Dann boh ich sie schon. Ja. Ich weiß nicht. Ich sehe sie. Hier sitzt. Ich soll da Bescheidchen holen. Ich darf nach oben. Das ist noch nicht drauf. Ein bisschen warm. Alles hier noch mit. Alles hier. Komm mal. Ich bin in dem da. Ich fange da jetzt mal an zu mecken. Okay. Ich höre jetzt die Treibstofflinie. Ich höre jetzt die Treibstofflinie. Ich möchte mal was ändern, dass die da so drüber fährt. Also damit den Personenverkehr nicht stört. Warte mal. Der fährt halt auch so zu wie rein theoretisch. Rein theoretisch. Warte mal. Rein theoretisch kennt ihr die. Die hat das so drüber von. Ach, der buch ist doch alle, die die die. Genau. Ja. 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 Ich bin in der Auge. Ich bin in der Buche. Ich bin in der Buche. Da nehme ich keine Spur. Genau da, das ist ganz so ein bisschen. Da ist die, genau da ist die. So, warte mal in den Wegpunkten. Das ist die Frage, wie viel wir da jetzt brauchen. Machen wir, ob's mit angeht. So, warte mal, das ist eins, dann zwei. Genau. Hä? Ich habe einen großen Beispiel nicht verbracht. Ah, ich habe eine schöne Spur. Ja, ich habe einen schönen Spur. Ich habe einen schönen Spur. Ich habe einen schönen Spur. In diesem Moment. Gut, das finde ich nicht. Findest bitte für eine Strafe. So, okay. Okay, nun gibt es doch eine Spur. Okay, das ist doch eine Spur. Aber ich habe noch eine Spur. Ich habe noch eine Spur. Ich habe noch eine Spur. Da ist eine Busch-Boom und da sitzt sie auch eine Busch-Boom. Also wieso kann man da jetzt nicht aufbiegen? Das ist ein Sitz. Eine Busch-Boom. Das ist erstmalig, das muss ich verstehen. Das ist eine Lösung, ich kann es nicht verstehen. Na jetzt, haha. Genau. Und tut er den Pesomen vergehe voll immer gehalten. Und dann wird es der Rekord gespürt worden. Oh, vielleicht hätte der trotzdem eine gespürt worden. Ja, ne. Und dann, ja, ne. Und dann, ja, ne. Und dann, ja, ne. Und dann, ja, ne. So, oder mehr? Na, oder mehr? Oh, ja, das ist ja sogar sehr effizient ist, ne? Na, oder mehr? Machen wir wieder weiter? Ja, das passt eigentlich. Eigentlich mal. So, oder mehr? Ja, das stimmt. Dann fangen wir mit dem Tunnel durch. Und dann fangen wir mit dem Tunnel durch. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja nur noch nie. Das ist ja auch nur noch nicht. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Ich habe schon mal wieder drauf. So, genau, dann fährst du wieder die Normalschroßenbank, genau, und dann fährst du da, die Reindungleine, genau, dann kommst du da so auf, und dann, hm, genau. Jetzt, mein Reindungleine, also ich könnte das schon mal ein-ein-ein machen, ja, guck mal da, man könnte rein, die stand da, die, weil die Störbe ist weiter weg, hm, ja, das weiß ich was, das ist okay, das ist okay, das ist jetzt nicht los, dann schreibt's da wieder aus, und dann, hm, genau, dann ist es da, ja, dann machen wir die hier weg, genau, die heute stellen, die hier weg, genau, genau, und dann komm ich jetzt zurück, beim Güterbahnhof arbeitest du eben ab, na, wie die Leute, die heute theoretisch am Güterbahnhof arbeiteten werden, und dann muss ich jetzt wieder legen, ich will jetzt dicht, dicht drauf, damit du schon mal eine fahren, na, das ist, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt hier rein, äh, das Ding, da stehe, na, das heißt, ich fahrt, ich fahrt dann da oben in der Tafel durch, da bin ich auch lieber da, genau, da weiß ich nicht, hoffentlich, in der Tafelbahnhof arbeiteten, und dann gehe ich gleich wieder zum Frühling, aber da dann eben ab, weil, weil, ja, da sieht man nicht aus, oder wie, da, da, Und das hier hat man ein bisschen geschlafen. Das ist Make-up-Bier. Wo? Ich hab' ja gesagt, kann man ja jetzt wenigstens da. Vielleicht wird das wenigstens weniger durch die... Oh, das heißt... ...und... Und da... und da so eine... ...und dann da... ...dass es zwar nicht wie gut das ist... ...was da ganz und da nicht. Also bitte. Auf beiden Seiten würde ich jetzt wieder wahrscheinlich... ...eine Ebenung... ...warte mal... ...wird das wieder verwendet? Nicht schon wieder verwendet... ...ja... ...signal... ...er das... Ehm... Aber es ist echt blöd... ...und man denkt... ...wie wird das eigentlich dann... ...gut? Hm? Auch wenn ich so auf der Anzeige nicht... ...und dann... ...mh... ...da kann's dann... ...haha... 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 ...ah, nicht das letzte... ...nein... ...das ist das... Oh, ich mag's doch über die Hauptstraßen. Hm. Man könnte sagen, wie birgt das ab? Ich fahr da und da und da und da und so rein. Ich würf immer nochmal drauf. So, warte mal. Aber ja doch so viel, weil wir entfernt werden. Manerweise bin auch immer noch drauf. Obwohl ich nicht irgendwie... Warte mal, dann da so. Und dann... Genau, von mir da so her. Ach, da ist ja ungefähr... Ja, das ist ja wirklich nicht kompaktiv. Da will ich es ja einsetzen. Das ist echt noch ein bisschen doof. Das heißt, ja, das ist... Ja, warte mal. Ich mach ihm das noch... Na, warte. Das ist... Das ist irgendwie so g'schein. Ich mach das weg. Ich hab jetzt nicht andere Dinge genommen. Da machen wir genau. Aber das ist auch wieder Ding. Das ist auch wieder Signal. Ja, das ist ein Signal. Ich hab einfach nie den Eben vermisst. Was ist denn? Ich hab's noch nicht. Man weiß nicht, das ist ein unsichtbar Signal. Ich will eine rechte Zeit nehmen, wo ich hier platziert, wo ich da draufhauen bin, dass die voll scheiße sind. Weil ich sie weg tun kann. Und dann... hmmm... ... 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 Ja, warte mal damit jetzt immer. Da mal, jetzt mittel zwei, wie soll das sein? Ui, das ist nicht groß. Guck mal, die ganze Straße, wo der Mais ist, ist wirklich weg. Da, okay. So, nicht mehr da. Da muss ich, wo er, da, oder? Oh, das war, wo er, der war nicht von da, oder? Der war von da. Oh, das ist so. Na gut, nein, die ist nicht von da so abgehauen, weil ich will... ...und ich will die Fäden sehen. Ah, gebe ich. Okay, das ist jetzt weiter, wenn das... Genau. Und wir machen das einfach so. Sehr gut, äh, Richtlinke. Genau. Niemals die unsichtbar nehmen. Wir stehen da einfach ans her. Und fahren sie trotzdem drüber. Äh, trotzdem so lange. Hm, genau. Genau. Ich weiß schon mal so, dass... Ich wollte nicht, dass die da so... Äh, über die Haupt... ...über die Haupt... ...da, wo die Straßenbahn ist. Also hier ist ein bisschen Maiden. Genau, Maiden. Hm, genau. Das ist doch meinst du noch. Ich weiß nicht, was hier ist denn. Genau. Und dann kommen wir auch noch mal wieder heim. Endlich kommen wir auch noch mal wieder heim. Na, warte mal. Da steh ich auf dem Ding. Dann ist auch so noch mal weg. Dann das noch mal weg. Dann das noch mal weg. So, hm. Na, das noch leicht. Und dann wird dann ein neues Ding noch. Also. Ja. So, danke für's bisschen. Bis die nächste Folge.